Nils Ole Ohrmann ist jetzt bei uns, er ist Wirtschaftsethiker und mit ihm wollen wir über das Weltwirtschaftsforum in Davos sprechen. Herzlich Willkommen. Herr Ohrmann, rethink, redesign, rebuild, das ist das Motto in Davos oder auf Deutsch ein wenig sperrig, überdenken, umgestalten, erneuern. Was ist denn jetzt 2010 anders als 2009? Es ist doch auffällig, dass der, der in seinem Motto bei drei Worten immer die Silbe Reh davor setzt, doch bei redesign an ein Originaldesign denken muss. Das heißt, derjenige hat eine Vorstellung, wie es denn sein sollte. Und sich diesem Thema zu stellen und vor allen Dingen dort Politiker oder Wissenschaftler zu treffen als Wirtschaftsführer, die ihre Vorstellung haben, die vielleicht nicht mit der der anderen Seite gut zusammengeht und das kritisch zu diskutieren. Allein das ist eine Chance und offensichtlich hat man das erkannt, sonst hätte man dieses Motto nicht gewählt. 2009 hatte man die Chance auch schon und die Jahre davor auch schon. Und 2009 gab es auch schon die Weltwirtschaftskrise. Trotzdem hat sich nichts geändert in dem einen Jahr. Erstmal glaube ich, dass sich in diesem einen Jahr die Realität sehr deutlich geändert hat und vor allen Dingen bei vielen Einzug gehalten hat und gerade auf politischer Seite. Dadurch wird der Handlungsdruck, der Druck, dass dort irgendetwas herauskommt, von Bankenregulierung bis zur Diskussion um Managerboni hat sich erhöht. Und ich glaube, das wird sich bei dem Weltwirtschaftsgipfel widerspiegeln. Aber Alexander DiBelius, der Deutschlandchef von Goldman Sachs, hat folgende Äußerungen getan. Banken, besonders private und börsennotierte Institute haben keine Verpflichtung, das Gemeinwohl zu fördern. Das soll er ausgerechnet vor Wirtschaftsstudenten gesagt haben. Er hat sich dann wieder korrigiert hinterher, hat dann gesagt, das wurde wohl falsch übersetzt oder hat es zumindest zurückgenommen teilweise. Trotzdem ist ja meistens irgendwo ein wahrer Kern. Und wenn das ein wahrer Kern ist, irgendwo, dann mache ich mir doch Sorgen, dass da tatsächlich irgendein Umdenken stattgefunden hat. Ich glaube, der Unterschied ist über das Public Good, und darüber hat er geredet auf Englisch in dieser Veranstaltung, das vor Wirtschaftsstudenten darzustellen, wird diese nicht unbedingt zu massivem Widerspruch herausfordern. Dererlei Thesen aber mit politischen Entscheidern zu vertreten, die ja am Ende eine Krise mitgegenfinanzieren müssen, die der Steuerzahler am Ende mitgegenfinanzieren muss. Da wird man auf Widerspruch stoßen. Und diese Art von Widerspruch wird in Davos eher kommen, als in einer Seminarveranstaltung vor Wirtschaftswissenschaftsstudenten. Dafür müsste man aber Wirtschaft und Politik erst mal ganz klar trennen. Die Sphären sind inhaltlich klar getrennt, aber wichtig ist doch, irgendwo müssen sie zusammenkommen. Und dann einen Ort in der Schweiz, ein Dorf zu nehmen, wo die sich einmal im Jahr treffen und eine Möglichkeit haben, sich darüber kritisch auseinanderzusetzen, kann ja nur ein Gewinn sein. Wie müsste denn dieses Symbol Davos oder dieser Veranstaltung an sich, dieses Forum genutzt werden, damit es tatsächlich einen Mehrwert hat? Was genutzt werden sollte, ist, dass der Austausch zwischen Politikern und Wirtschaftsführern am Ende konkrete Ergebnisse zeitigt in der Form, dass beide Seiten besser verstehen, woher kommt die andere Seite. Dass ein Banker besser versteht, der Steuerzahler hat ein Interesse, was mit meinem eigenen vielleicht nicht parallel läuft. Und er gleichzeitig versteht, die politische Seite ist bereit, diesem Interesse der Steuerzahler Taten folgen zu lassen. Vielen Dank, Nils Ole Oermann, Wirtschaftsethiker.